es hier wird was gedacht die Leute kommen zu einem sehr wichtigen Video wie ihr schon im Video sehen könnt das ist das Ende von meinem YouTube-Kanal und ich werde dann auch keine Videos mehr hochbringen oder so und jetzt stellt euch vielleicht die Frage warum weil ich finde ich bin noch viel zu jung um mir Sachen zu kaufen perfekt Mütze zu machen und immer weil ich kann mir eben halt nicht mal einen eigenen PC holen und so müssen dann immer meine Eltern kaufen weil ich bin ja alles 13 und sobald ich sobald ich Geld verdiene würde ich mir auch eigene Sachen kaufen so wie ein PC oder so und ja und warte ich nicht gleich weiter und ich finde weil ich dachte ja alles auf meiner PC hier und so kommt es dann auch nicht weit weil vielleicht wissen wie viele mit offen auf der PC kann man nicht so gut schneiden man kann nicht so gut die Musik drauf hinzufügen oder so und deswegen und und das weg und ich bin tot und ja wie gesagt auf jeden Fall auf die PC kann man deutlich besser schneiden als auf der PS4 die Leute die zum Beispiel versuchen nicht zu machen aber das auf der PS4 machen und du kannst ja nicht mal richtige Sounds einfügen oder so richtige Clips machen oder Clips rausschneiden oder so und ja ich kann nur schon meine eigenen Sachen selber holen ne und deswegen warte ich lieber bis ich älter bin also ich glaube ich mache sowieso kann YouTube mehr ich bin auch sehr leicht für euch wenn ihr mich gefeiert habt aber ich bin sowieso nicht weit gekommen und ich werde auch nie was weit kommen ähm und ich werde jetzt hier noch fahren und ich hoffe dieses Video wird uns noch gefallen Wo soll ich landen? Fällt noch nicht weil hier ist immer eine leckere Pool und ich habe eine Kapppistole aber egal ich habe es immer noch nicht so gut na Ah das ist auf jeden Fall meine dritte Runde ich habe schon lange keine Kapppistole und ich bin einfach öfter draußen in der Corona-Kreis in der Corona-Kreis ich bin mir die ganze Zeit machen nur zocken Schmeckt Schmeckt auch Wie gesagt ich glaube die meisten ich dachte ich kann ihn tut machen oder ob ich ihn tut mache O Lüge also ich habe mich selber das ist lieber besser So, so. Der ist locker hoch, der hat sich hier. Ne, hinten ist einer. ich hab ihn ich bin hier vorne ich bin hier vorne ich bin hier vorne Leute, ich hatte schlichteste aim auf der Welt, schlichteste aim auf der Welt. Ah, ich hoffe so was ist, irgendwie das wäre ja gerade zum Kotzen, Alter. Oh Mann, ah, jetzt. Na, für mich. Was ist das? Was ist das? Oh, diese Belohnungen, die fangen jetzt ab. Warte mal, kennt sie da? Ja, der kennt da einfach. Hä? Ich will doch kein Duut. Ach so, ich dachte ich bin Duut, Junge. Was ist das denn? Bam. So weit, Isabili? Ah, hier. Ja. Die Leute, sorry, wenn man die Füße so lang ist. Ich weiß selber nicht warum, ich putze sie auf einmal, aber die ist immer so lang. Ja, warte, wenn sie rauskommt, ich komme noch vor Weihnachten und ich habe schon mein Geld geschraubt, wenn sie mir auf jeden Fall holen. Und ja, hoffe ich mal, dass es nicht so laut ist wie so ein Ninja. Ja, das ist ja auch noch mal eine. Warum ist hier keiner die ganze Zeit? Ist ja auch noch mal eine. Das ist ja auch noch mal eine. Ich weiß nicht, ob ihr ihn laufen könnt, auf dem Handy. Bei der Tankstelle laufen könnt. Nur, ich weiß nicht ganz genau, wo jetzt er hingebaut ist. Und ich habe mal Angst zu pushen. Und so einmal jemand hinter mich steht. Ah da ok. was ist mein englisch ja okay ist aber trotzdem und ich hasse diese scheiße ich habe keine Waffe, ich habe keine Waffe, ich habe keine Waffe Was ist das? Ich höre gar nicht, wenn er die Wand aufmacht. Leute, bei mir leckt es einfach. Alter, ich will mir mal raus. Bitte lass dich mal mir nicht mehr raus, Alter. Nein, wait till the door. Ja. Ich bin gerade auf dem Weg, Alter. Ich bin gerade auf dem Weg, Alter. Ich bin gerade auf dem Weg, Alter. Ja. Schau! Schau! Oh, da wo ist der, wann man das macht? Oh, da ruft mich der die ganze Zeit an. Ah, das ist der Mann. Ich habe die Hand gehalten, wenn ich den Unterdrücken würde. Ah! Bruder, das war's ja komplett. Ja, okay, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde, lass noch mal ein Like da. Und ja, wie gesagt, das war's jetzt in meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, das Video hat euch jetzt euch gefallen. Und ja, wir sehen uns leider nie wieder. Ciao. Ciao.